Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder mit Übungen aus meinem Keller. Ich werde heute Workouten. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls wisst ihr, was ich meine. Also, nach dem Intro geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 Am Ende nochmal Klimmzüge gemacht. Heute bei meinem heutigen Sportvlog. Ganz anstrengend heute gewesen. Das war mein Sportvlog. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, runter vom Sofa, Sport machen. Also, cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal.